Die tapferen Schneiderlein. In diesem Podcast geht es um Stil, Schneiderkunst und Diven aus dem Showbusiness spielen auch eine große Rolle. Jürgen Hartmann, Volker Stroder und Lars Ide, alles gelernte Schneider, plaudern hier über Mode und Menschen, über Cremant und Couture. Der Modeschöpfer Jürgen Hartmann hat in seinen 70 Berufsjahren so viel erlebt und teilt mit Volker und Lars seine Erfahrungen mit persischen Prinzessinnen und Filmikonen wie Hildegard Knef. Denn er zog sie an, die feine Gesellschaft, Künstler und Schauspielerinnen. Wenn große Roben zu Wohnzelten werden, was einen gut geschnittenen Anzug ausmacht und wie Champagner am besten schmeckt, das hören Sie hier bei die tapferen Schneiderlein. Und immer sonntags mit neuen Folgen.